Moin moin ihr geiles Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Modern Warfare Remastered und irgendwann dürfen sich Peter, Christian und Bram mal positiv schlagen. Vielleicht in dieser Folge. Weil der Zufall ist so will, dass wieder Danu, Sebastian und Jay in eine Gruppe sind. Oh, das ist aber schade. Der lacht da irgendwo rum. Okay. Da war einer am Schutthaufen. Ich weiß nicht, ob der Tod ist oder nicht. Er hat mich geschädigt. Es lebt nur noch der eine. Oh shit. Der eine oder der keine. Der Alu warnt auf. Das ist eine sehr offene Map. Die allerdings auch Closed Combat hat in der rechten bzw. linken Seite. Da gibt es eine Häuserschlange. Gucken. Bin ich wirklich mal Sniper? Ich habe nicht mal eine Sniper. In einem Standard-Schnibber ist die gute. Oh, guck mal, dann kann es die rechten. Ja, allerdings kann die halt auch runhitten, ne? Scheiße. Zweite Runde Drohne. Alles klar. Okay, da im Weg bis nach. Ah, dauert nicht lange. Oh, ich habe es nicht gesehen. Ja, warst du mit dem Backup-Snack? Oh. Ei. Hab ich den Kehl ge- Nein, den habe ich nicht gemacht. Okay, ich sollte nicht Sniper spielen, weil da kriege ich zu langsam die Kills nicht. Ich kann ein Backup gebrauchen. Das stimmt. Da kam Jays Schuss. Vorher gefahren habe ich den Kehl bekommen. Ja, ich dachte also, ich habe da einfach reingeschossen. Ich bin später. Heee. Heee. Unterbündeter Luftantrip unterwegs. Mach Luftschlag schon. Oh, da würde ich gehen. Oh, der hätte mich gerade getötet. Nicht gut, ich war grad noch am Waffen wechseln, bei B ist einer und bei A ist ne Claymore von mir kaputt gegangen. Er hat auch einen gekillt. Ach jetzt bin ich alleine? Profisniper Sepp. Lisi, da siehst du doch beide. Aber auf wen schieße ich? Bewegen wir schon mal gut, Sepp. Ganz hinten bei denen am spawnen war einer. Ja genau. Die liegen sowieso. Hat er auf mich geschossen? Nein. Ich weiss überhaupt nicht wo der ist. Safe die Waffe. Hast ja alle Zeit der Welt Sepp. Was machst du? Wo ist die Waffe? Noch weiter rechts hinten Christian. Egal. Wtf. Ich wollte die Waffe eigentlich aufnehmen, damit ich zumindest was machen kann. Nein. Die Explosion aus der Sicht sah ganz schön. Ach ja, komm dann kill mich noch. Ich spiel keinen Sniper mehr, das ist mir zu doof. Ich bin einfach nicht für COD-Sniper geboren. Bin Battlefield-Sniper. Das ist doch jetzt voll aus Battlefield. Wir haben die Bombe. Also man sieht die Leute halt direkt vom anderen Team, ist ja mega witzig ey. Ja, ist echt mega witzig. Klamo an der einen Seite gewacht und an der anderen Seite, ist sehr lustig. Sorry Team. Scheiße, Sepp steht auf dem E-Mail-Haufen der Mitte. Klamo-Bar ist explodiert. Hä? Warum geh ich, wenn ich Shift drücke immer wieder aus dem Scope raus? Ist das nicht Luft anhalten? Wenn du den Akkord hast. Wenn du dich dann... Wenn du den Akkord hast. Wenn du den Akkord kannst du keinen Luft anhalten. Uiuiui. Im Bus. Im Bus. Chill. Bus bauen. Läuft direkt hier. Weißt du. Kommen Sniper weg. Zwei Kids gemacht. Hat die freche Sau auf mich geschlossen. Ja, hab ich drei gemacht. Ich hab Triple gemacht. Jawohl. Da immer der, der nicht aufnimmt, wa? Ne, vor allem, vor allem nachdem ich... Ohohohoho, du Wichser. Alter, direkt am Start. Entschuldigung, Peter. Einer ist im A-Haus drin. Du hast das gesagt. Ganz hinten. Okay. Einer ist im A-Haus schon drin. Und... Am Spawn. Am Snipern. B müsste ungefähr der... Kann ich eigentlich bleiben. Das war ja richtig klug, Jay. Hinter dir. Hab ich. LOL. Kann ich wahr sein. Bei der A-Seite. Dann ist einer noch B. Drei... Der ist vorn im Haus. Komm jetzt rein. Er ist rein. Da. Weg. Lohhhohohoho. What the fuck, einfach nur. Der ist an dir vorbei, gelaufen. Der hätte vielleicht doch zielen sollen. Da weg. Oh fuck. Ohl, das hat man nicht mal gehört. Da hab ich mich dagegen entschieden. Ja genau, der springt fünf Meter nach vorne. Du wirst mich nicht treffen, wirst mich nicht treffen, wirst mich nicht treffn, wirst mich nicht treffn, wirst mich nicht treffn, wirst mich nicht treffn, NEIN! Boah, krass. Das ist assi. Soll ich, soll ich's auf-, ich war das recht. Du! Ficka! Du solltest hier nämlich was nutzen, ist ja das Spiel schuld, wenn es das diese Möglichkeit lässt. Hier ist im A-Haus drin. Ja, ja, ja. Lalu, du musst sagen, wenn du sofort brauchst, ne? Lalu, du hast keinen Tiefenwirkung, das bringt Null. Glaub ich nicht. Klar brauchst du. Du kannst auch so durchschießen. Ach, Bullshit. Einer B. Alu, äh, Alu. Uff. Alter, Alu. Ali. Jujujujujujujujuj. Der ist auf B-Spot. Plänte ruhig. Der ist auf A, ne? Wahrscheinlich. Muss aber nicht. Loil. Kein alter Wahrsein. Oh, da branden aber jetzt. Die Gedanken sind drei. Achttausend Schaden in den Nacken. Boah. Das war aber echt böse. Scheiße. Der Wechsel. Da machst du aber auch gar nix. Suchen und zerstören. Boah, das wurmt mich, dass er da eher ist, als ich. Ja, bist du da jetzt auch? Ich hab geguckt, wo die sind. Ich weiß. Ich hab nur ne SIS bekommen. Was ist dat für Bullshit? Ach, der hat mich beide angeschossen. Wir haben beide getroffen. Ja, ja. Ding, ding. Hab ich abbekommen. Einer ist bei B außen. Einer ist bei A rein. Komm, bei A drin. Der andere ist auch bei A drin. Der andere hat mich nicht getroffen. Der andere war auf B Seite. Einer. Einen hab ich gefüllt. Und der andere Sniper. Da war er, Jay. Scheiße. Das war ein guter Kill. Der ist ein kleines Moment durch dein Fenster gelaufen. Ja. Mach mal fünf. Als. Gut, dass du nichts sehen willst. Die Waffe, nicht die Claymore. Ich hab wieder zwei und eins vertauscht, ey. Hey, Mann. Da hat dein Distri-Respect-Move dir die Runde gekostet. Ach, Quatsch, ey. Ich hab den doch da gesehen. Ach, hast du nicht, ey. 28 Kugeln daneben. Hey, Mann. 28 Kugeln daneben. Booste mich mal hier. Dann guck ich über die Mama. Keiner geht rechts rum. Was ist denn los? Wir können B safe planten. Richtig safe. Wenn der da hinkommt. Hey, aber die gucken doch da hin, oder nicht? Hä? Na, stimmt. Nee, safe eigentlich. Oh, die werfen Sachen aus dem A-Haus raus. Einer ist am Müllberg. Einer rennt nach B. Einer ist bei B. Ich kam nicht rüber. Nicht rüber laufen. Ja, nur. Gut gemacht, Bram. Wer weiß, dass ich hier bin? Oh, fuck. Der ist hinter dem Container, oder im Container. Bei B. Und da, okay. Okay. Ja. Der ist hier mal am Container. Am Container. Kann ich nicht. Das kann nicht wahr sein. Okay, und zur Bombe. Nice. Wow. Juhu. Gut. Das war knapp. Das war knapp. Diffusen. Diffusen. War sehr knapp. Dödem. Krieg ich nicht. Schade. Das war sehr knapp. Wow. Wow. Schwippel und Bombe. Das war sehr knapp, ernsthaft. Domi, bist du es. Feindliche Drohne gestartet. Oh. Feindliche ist nicht so schön. Tu das den out. Scheiße. Das ist doch einfach nur behindert. Weiß da, Loom. Bombe ist down. Wir haben die Bombe. Wir haben die Bombe. Schön. Oh, Flash. Das ist aber fies. Da müsste hinter A sein. Da rennt einer rum. Aufm Müllberg ist einer. Aufm Müllberg war einer. Zwei bei A. Einer kommt jetzt zu dir gelaufen. Oh, ich werd die besnipert glaube ich. Du hast ne Melone getroffen, Bram. Ich dachte schon bei dem Spritzer, der wär umgefallen. Aber das war kein Blut. Das war ne Melone. Das war genau die, die da vor mir liegt. Und die andere auch. Richtig krass, die Melone. Bei mir nicht. Ist die bei euch explodiert? Ja. Wie frech, bei mir nicht. Das ist in der Tat frech. Ja, hätt ich jetzt gern gesehen, du. Das Ziel zerstört. Wir haben die Bombe. Alter, was zoomt denn da? Einer ist bei denen am spawnen. Die Bombe wurde platziert. Oh sweet. Das ging schnell. Im Bus. Haben wir nicht getroffen. Oh Gott. Äh, bei A ist einer. Wo im Bus? Ah, okay. Tod. Der war er glaub ich. Scheiße. Das läuft einfach nicht. Irgendeiner genießt da seinen Drink. Durch Strohhalm. Immer durch Strohhalm. Ich kann nicht ohne Strohhalm, weil sonst schütte ich mich voll mit Wasser zum Beispiel oder sowas. Ist der halt dumm. Wir haben die Bombe. Alter. Peter, ganz ruhig. Das ist doch kacke, ey. Ja, ich, ich nehm's jetzt, ich will die nicht mehr. Also ich nehm's ja kein. Was? Sich verarschen. Du fährst jetzt nicht an die Waffe zu wechseln. Ui. Am, ähm, Gabelstapler. Am Bus. Er tankt alles Mögliche. Aber ist mir egal. Alles. Ist mir alles egal. Ist da HALU. Der hat Schaden. Der HALU. Andere Seite. Andere Seite. Da, ja. Der wohin. Der wohin. Der wohin. Der wohin. Der wohin. Ich hab ne Granate. Werf ne Granate. Da, du. Werf ne Granate. Tiefer, tiefer! Rechts! Wer wissert dich! Was war das denn, ey? Oh, Bram, ey. So kann's aber auch nicht. Alta, ey. Battle of the Noobs, ey. Hat er doch daneben gemessert. Hast du extra einen Schritt nach hinten gemacht? Ich wollte eigentlich da rauf. Rückwärts. Move. Ruf ins Krims. Ja, das hört sich sehr danach an. Wir haben die Bombe! Ja, wirklich sehr seltsam. Einer ist rüber zu B. Einer ist immer A-Haus drin. Einer ist im A-Haus drin. Der sitzt direkt vor der Tür bei A. Nein. Der ist direkt vor der Tür. Oh, Müllberg. Am roten Container direkt um die Ecke. Direkt am roten Container um die Ecke! Geh dich türkisch? Der ist ganz hinten am Spawn. Ja, ich dachte auf der anderen Seite wäre der. Ich wollte halt gucken gehen. Da. Ganz hinten am Spawn sitzen. Ich hab den gefühlt. Ja, Peter ist leider in dem Moment geflasht worden, wo der zu dem hin gelaufen ist. Soll ich Drohne benutzen? Ja, mach mal. Oder? Da kriegst du ja das. Ne, Bram hat keinen Störer. Weiß ja eh nicht zu null. Nütz die Drohne da, du! Genau die Drohne. Das ist ne gute Drohne. Na ja, Bram ist da. Okay, sie ist ja auch auf der Web, ne? Der Juggernautet ja leider. Ach du brauchst zwei Hits? Mhm. Juggernautet. Auch im Kopf? Mit dem Header gibts. Weil der liegt da ja gerade so schön. Ich glaub der, der ist im Bus. Boah. Mein Tipp. Ich denk du siehst den auf dem, auf dem, auf dem Map mit dem Radar? Ja jetzt nicht mehr. Der ist ja schon lange raus. Wieso? Ich glaub er, der steht hinter dir. Andersrum. Das glaub ich auch. Der steht hinter dir. Das glaub ich auch. Ich glaub der steht sich selbst im Weg. Ich glaub immer noch, der liegt im Bus. Oh. Ah, schade. Nice one. Ich glaub er lag nie im Bus. Ne. Ich glaub der war am Müllberg, oder? Ja. Ach scheiße. Ich war bei euch am Spawn. Die Pro 90. Ja. Aber ihr habt auch nicht die Nickelverchromung. Ja. Das machen nämlich Sieger aus. Was denn? Hat Dalu mir am Anfang gesagt? Die Nickelverchromung. Damit spielt man besser. Vernickelung. Was ist denn Vernickelung? Ein Skin. Ne jetzt einer ist schon bei B. Zwei bei B. Zwei bei B. Zwei auf B seid hinterm roten Container. Juggernaut B. Also Bram ist B. Der andere hat nicht. Einer von denen ist zur Ruhe gehoffelt. Der eine ist roter Container, der andere ist direkt schon am planten. Alter, das war krass. Na das war'n. Schön Jungs. Bram ist hart rasiert. Boah. Ich musste sich hart konzentrieren um hier einigermaßen was zu kriegen ey. Ah. Da haben wir ja Simultankilling betrieben ey. Ja, ich bin auch in der selben Sekunde gestorben. Ähm, ähm. Gott sei Dank. Wie viele Leute. Wollen wir denn noch? Feindliche Drohne gestartet. Ich bin da in der Robotsie B gerannt. Verkundes Luftangriff unterwegs. Kommt mir da mal so schnell durch. Ach, ich hab versucht durch die Wand zu schießen in dem Haus. Äh, wo ich gestorben bin. Ein Messer hat. Loll. Ach, der ist bei A durch. Äh, bei B durch. Oh, fuck off. Schöner kill. Wow. Schade. Na das ist schön. Er ist doof. Hier ist verteidigen echt schwerer. Weil die Leute direkt drauf rennen können, ne? Oh, fuck off. Na ja, A ist relativ safe bei einem. Eigentlich. Ja, B. Die Angreifer haben den ersten Blick auf unsere Base. Das macht es so schwer. Fuck. Oh. Nicht alle schleichen hier. Da lacht da noch. Da lacht da noch der Peter. Oh, dann fällt das selbst drauf rein. Ja, weil der so geil aussah, wie Bram vor mir umgefeilt ist. Da kam noch einer. Sehr witzig. Schleicht er sich an, ey. Piff, piff, piff. Oh, Granaten sind mega OP. Mhm. Find ich gar nicht. Ich find schon, dass man alle diese. Die Semtex-Fahrer. Ne, vermisse ich schon teilweise. Ja, weil du hast halt drei Stück davon, deshalb... Zwei Stück sind drüber gegangen diesmal, deswegen war ich verwirrt. Das ist auch verwirrend. Ach, wir verteidigen ja. Stimmt. Oh shit. Ich wurde ja echt zu Arren. Oha. Bei B ist irgendwas. Shit. Ist nicht geflasht. Scheiße. Wer bist alleine. Der stand noch am Spawn. Nee, der ist bestimmt A. Nee, der ist bestimmt A. Nee, B ist der. Ach blöd. Der ist bestimmt B. Schade, Peter. Jagt ihn. Friziert ihn. Verstückelt ihn. Gute Arbeit, Team. Die Bomben durfte doch planten. Für die nächste Runde. Punkte gab's noch. Scheiße, scheiße, scheiße. Läuft einfach nicht. Noch nicht. Nackenschuss, alter. Es war schon die Schülze, die Blätter. Na gut, das Messer ist aber auch wirklich riskier. Ja, dann lieber zwei Schülze mit. Oh, der Juggernaut ist B. Juggernaut ist keine schlechte Sache gegen Sniper, glaub ich. Huiuiui. Ah. Oh, der ist schon durch. Kann nicht wahr sein, Alter. Hallo, die Weff mit Christbaumkugeln auf dich. Fangen sie. Hinter dem roten Container sind Sebastian. Peter habe ich getroffen, der ist irgendwo Richtung Bus. Rück mal drei. Hast du gemacht, also? Oh, der ist bei A. Hat mich gewässert. Kannst du das mal sein lassen, Alter? Nein. Scheiße. Ich muss so oft durch die Wand. Aber man kann doch auch bei MB2 durch die Wand schießen. Man macht sogar die Kasse in Abgang. Klar kannst du durch die Wand schießen. Du kannst hier so extrem krass, also ich kenne das aus keinem anderen Spiel, dass du so heftig durch die Wände schießen kannst. Ja, jetzt wollte ich ihm gezielten Headshot geben. Das ist wieder der Jugger gewesen. Shit. Fick dich mal! Was ist denn jetzt los? Haben wir Drohnen oder haben die zwei Drohnen? Die haben zwei Drohnen. Achso, dann nehmen wir auch eine. Das finde ich gut. Einer ist im Bus. Alter, du hast immer noch keine Tiefenwirkung. Braucht man nicht! Braucht man wohl dann, du! Ich hatte ja die Eiweiler killen sehen. Schieß die Karre kaputt. Ach, Peter, du Sau. Ja, nice one, schön. Oh, ne, wir geben das außer Hand. Weiter im Wechsel, oder? Ja. Wir haben uns am Geben was außer Hand. War nicht gut geschossen von uns beiden, muss ich sagen. Vielleicht hatte ich irgendwie den komischen Reifen da im Weg. Und das Feuer, da konnte ich nicht sehen. Das machte das schwerer für uns. Ich hab die Trumpstat 9-11. Das Ziel verteidigen! Trumpstat oder Twin Towers? Ne, Trumpstat. 9-11. 9.11 da. Sieht schwer nach A aus, Jungs. Aua. Entschuldigung, das Prenätchen. Ach, der liegt da noch im Laden. Juggernaut bei B. Der liegt im Laden hinter der Theke. Ach, Mann, ey. Bei B müssten 2 sein, weil er auf mich haben 2 geschossen. Erledigen Sie die Mission. Wie gesagt, der war bei A. Und der Tüge da. Ich kann grad sagen... Alter, dieser Juggernaut willst du mich ver... Ich hab gar keinen Juggernaut. Ja, aber Bram. Achso. Achso, haben wir gerade wieder Simultankilling betrieben? Ja, hier stand jetzt glaube ich hintereinander. Rechts hinter dir steht jetzt Dennis, weil der grad die Clamers noch geplantet hat. So, der war schon ganz gut. Wo war der? Ich hab aber auf dich geschossen. Du hast einen Juggernaut bei mir. Nein, ich hab keinen Juggernaut. Nein, ich hab keinen Juggernaut. Du hast Peter nicht getroffen, aber Dennis stand direkt daneben. Jetzt hab ich's verstanden. So. Aha. Das ist aber doof. Scheiße. Zwei Leute. Einer Bus. Einer rechts außen. Einer ist bei A. Einer Bus mitte drin. Das chill ich. Einer ist ein Bus. Einer hinter A. Einer steht vor A. Einer ist Müllberg und einer vor A. War das irgendwie ein Ablenkungsmanöver, um uns herauszufinden? Ne, ich wollte die andere Granate werfen und nicht die Flash. Bin ich im Bus. Der ist nicht mehr aus dem Bus. Der ist Richtung B gelaufen. B hinten? Ja, irgendwo da hinten. Und A. Scheiße, beim A Haus. Davor steht einer. Fuck. A. Schön reagiert. Guck mal, Trumpstart. Ah ne. Moment, das ist nicht Trumpstart. F9. 911. Die billigen Wellblech-Dinger, da geht auch jede Kugel durch. Aber knapp ist sie trotzdem. Ja. Ist auch knapp. F9 ist halt echt nicht mehr. Die Jungs haben sich gefangen. Au! Ja, haben sie aufgepasst, schade. Nicht cool. Einer ist vor A. Scheiße, ich wollte gerade abdrücken. Einer ist hinter dem... Oh nein, einer ist in Lundberg. Bagger. Ja, der war vor mir. Fuck. Noch einer da. Nice. Nice. Das war geilo. Schon wieder negativ. Bei Braben haben wir was gemeinsam. 12.9. Okay. Sie kommen näher ran, aber noch... Nicht. Gut genug. 14. Guck mal, ey. Bisschen noch ranhalten, dann läuft das. Ich war wieder scheiße. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao! Ciao. Ciao.